Ich arbeite gerne bei Holcim, weil ich die Möglichkeit habe, grosse Maschinen zu bedienen und im Steinbruch zu arbeiten, was eine sehr spezielle Arbeit ist. Gleichzeitig kann ich junge Menschen an diesen grossen Maschinen ausbilden. Holcim bietet spezifische Ausbildungen, um andere Maschinentypen zu bedienen oder um auch als Sprengmeister zu arbeiten. Und wir haben die Chance, Sprach- oder Managementkurse zu besuchen, um später vielleicht ein Team zu leiten. Dann habe ich das Glück, einen sehr guten Chef und vor allem auch sehr gute Kollegen zu haben. Wir müssen einen guten Draht zueinander haben und stehen stets in Funkkontakt, weil wir uns bei der Arbeit in unseren grossen Maschinen fast nicht sehen. Daher ist es schon eine etwas besondere Umgebung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017